Hi Leute und willkommen zu, ich glaube es ist die siebte oder sechste Folge, Terraria. Aber wir werden jetzt versuchen, Speedrun Prime zu besiegen. Es hat sich was verändert, könnt ihr mir jetzt meine Herzen setzen, weil ihr wisst ja schon, was sich verändert hat. Hier, sie sind alle golden und ich habe 500 Wegen. Ich habe ein bisschen gefarmt, weil nach Scale, ich habe total vergessen, nach, wenn man den Zerstörer besiegt, kann man im Jungen goldene Früchte finden, also Lebensfrüchte heißen sie, aber goldene Früchte und Lebensfrüchte finden und ich habe sie jetzt und habe voll, ich habe lange dafür gefarmt, das darf schon mal leichter, das wäre ganz nett. Ich habe eine Sonnenfizia, das ist passiert, ich habe leider keines überhaupt nicht schwer bekommen, das ziemlich belastend war. Jetzt hoffe ich, dass ich es auch immer mehr schaffe, weil ich war schon knapp, also ich war nicht knapp dran, aber ich habe schon gute Versuche gehabt. Und hier, ich habe wieder ein Schädel gesagt und hier wollte ich eigentlich noch einmal den Zerstörer bekämpfen, aber dann habe ich auch genug gehabt, also war es dann. Dann habe ich jetzt ein Zufrieder. Versuche ich im Inventar, frag mich nicht, ich weiß es selber nicht. Wie ihr seht, mein Inventar ist sortiert, ich habe alles in der Leiste, was ich brauche. Sonne geht langsam runter, ich bin total aufgeregt. Wenn ich während des Kamps leider nicht viel weder, dann tut es mir wirklich leid, aber ich muss mich da wirklich konzentrieren. Ich muss sich bedenken, ich kämpfe gar gegen einen Boss, wo ich schon dreimal verkackt habe, kann ich jetzt schon mal sagen. Zack, zack, zack. Komm schon, komm schon, komm schon. Spawn, 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 spawn. Spawn, da jetzt. Es geht heute noch. Ja. Okay. Ich hoffe es funktioniert. Wow. Das war's. Das ist der kleine Verwischung. Oh Gott, dafür habe ich aber ziemlich viel Schaden, wenn du dies. Fuck, ich muss irgendwie diese Kante nehmen. Seht ihr sie? Ach so. Ich muss sie einfach auf irgendetwas zerstören. Fuck, ich muss auf diese Klaue, die geht mir auch im Arsch. Das sind die einzigen, die nicht nerven. Das ist einmal dieser Strahl, weil der Laserstrahl, der macht einfach nur Schaden. So, geht mir einfach. Ja, ich hab den Laser. Ich hab den Laser. Jawohl. Sieht schon mal gut aus. Fuck. Oh, oh. Oh Gott. Sieht wirklich gut aus. Nee. Oh Gott. Ich muss irgendwie diese Klaue loswerden. Die nervt wirklich. Oh, scheiße. Ich muss noch drei. Ich muss einfach nur überleben. Fuck you all. Ich muss einfach nur laufen. Laufen. Nein, ich tue auch. Bitte. Das war knapp. Das war so knapp. Fuck. 19. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Beste Counter. 2. 1. Oh Gott. War das knapp. Fuck. Upsalang. Ich blöde doch von sieben Nacken. Ha. Ich langsam habe ich das Schema von dem Boss heraus. Es geht wirklich. Aber ich kann immer nur nicht leben. Es geht mehr wirklich. Wie gesagt, ich muss mich extrem konzentrieren. Oh Gott. Vielleicht kann ich wieder angreifen. Zack. Einfach nur das ausweichen. Und dann sieht eigentlich alles rosig aus. Immer nur. Als erstes halt. Diese. Der Laser. Der ist wirklich ein Problem. Okay. Und diese. Hier die. Komm. Ich weiß. Hier. Und immer mit dem Golden Shower. Da ist der nämlich langsamer. Das muss man auch nutzen. Ich kriege sie halt nie richtig zu fassen. Das ist einfach nur. Das ist ein Problem. Von der Klaue. Die ist halt. Die bewegt sich halt schneller als ich schießen kann. Ha. Ha. Hier. Jawohl. Ich habe sie. Jetzt ist nur noch die. Nur der und der Kopf. Boah. Huh. Warte. Ich muss warten. Ich glaube ich warte doch lieber. Bis ich wieder. Ähm. Mein Trank einsetzen kann. Das ist mir zu riskant. Zu. Wie zu riskant. Mir leid. Okay ja stimmt. Die Klaue ist weg. Das ist. So gut. Besser war ich noch nie dran. Das ist. Gott ist das gut. Der Kampf ist wirklich gut. Oh Gott. Jetzt nur noch der Arm. Und dann habe ich den Tag. Erst. Dann ist der wirklich. Dann ist er nicht mehr so schwer. Dann kann man ihn als Rehepon. Zeichnen. Das Problem bei dem sind einfach nur seine Arme. Och. Nicht schon wieder. Ich hasse das. Die Kanone hat nicht mehr viel Leben. Das ist okay. Sagen. Wie viel Leben hat es? Zack. Einfach nur immer draufschlagen. Irgendwann geht es schon gar nicht. Jawohl. Gleich. Gleich. Jawohl. Ja genau. Jetzt einfach nur auf den Ankampf. Mir reicht. Ja. Der kann man einfach gar nichts mehr machen. Das ist so geil. Ich hab ihn. Kann nichts mehr machen. So. So. Und er ist richtig. Ah. Mist. Kann nichts mehr machen. Ich hab sozusagen gewonnen. Und ich stehe hier mit voll leid. Und wie du. Mit gar keinem Arm. Gar nichts. Hast gar nichts drauf. Außer seinen Arm. Das Problem bei dem ist nämlich nur seine Arme. Sonst ist er ein einfacher Gegner. Das ist ja. Deswegen ist er ja auch so schlimm. Wenn man seine Arme erledigt hat. Dann kann man ihn als. Überzeichnen. Außer wenn diese eine Attacke kommt. Die hasse ich abgrundsieh. Zack. Zack. Jawoll. Und. Ich hab noch Zeit. Abwinken. Wie ihr seht. Da hängt mehr Mond. Ich hab ungefähr die halbe Luft. Boah. Zack. Ja. Fuck. Oh Gott. Das war nicht mehr. Das war wirklich nicht mehr. Ja. Eigentlich ist es sowieso egal. Ich hab so oder so jetzt gewonnen. Guck mal. Ah. Gehen soll er leben. Au. Nur noch 3.000 Meter. Die mach ich jetzt lieber nur noch mit dem Boot. Weil ich möchte nicht weiter meine Trinkl-Vorp-Offens-Gurve-Push holen. Aber die Zeit müssen wir jetzt abwarten. Und solange ich mit dem Golden Tower-Boot einfach nur draufschlafen. Guck mal. Er hat nur noch 1.800. 6.000. Äh. 1.600. 1.600. 1.900. 800. 7. 1.700. 1.200. 400. 300. 200. 200. 100. Und das war. 100. Und das war's. Jawoll. Ja. Mhm. 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 Jetzt bin ich ja vier. Oh. Nein. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Warte. Oh Gott. Oh. 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 Als nächstes sind die Twins dran. Die werden auch irgendwann reden. Sie werden auch sterben. Weil ich hab was gekriegt. Ihr könnt euch ja vorstellen. Die diese Maschinen-Augen. Ich zittere. Ich hasse das. Wenn ich richtig aufgelegt bin. Was praktisches finde ich an den Bossen. Diese Maschinen-Spawn-Sachen. Die werden von Mobs gedroppt. Guck mal. Ich hab schon vier von diesen Augen. Vier. Damit kann ich. Hab ich vier Chancen. Ihn zu besiegen. Oh Gott. Einfach so geil. Nach dir hab ich die Churchill-Rüstung. Weil wie ihr seht. Ich hab hier die Turtle-Shields. Die. Aus der kann man eine Rüstung machen. Die wirklich stark ist. Halt von. Der Playstation hab ich sie immer so gemacht. Ich hab leider noch zwei. Die dritte werd ich mir auch noch hoch. Und wisst ihr, was ich habe? Was ziemlich belastet ist. Ihr wisst ja, dass ich die Sonnenfüße nicht miterlebt hab. Hier. Ich hab die Broken Hits. Aber nicht das Broken Hero Sword. Gott. Oh, ich kann mir. Guck mal, wie ihr Moritz. Ihr seht es ja. Wenn ich hier so überall hingehe. Ich zittere. Ich bin so glücklich. Aber trotzdem so aufgeregt. Gott. Der nächste Boss. Ist fällig. Fällig. Und das machen wir auch noch. Aber wie gesagt, wenn ich die Turtle-Shields habe. Ich hab leider nicht so viele von diesen. Wie heißen die noch? Großen Heiltränken. Das ist das einzige. Jetzt sieht der es auch nochmal. Okay. Das war's dann wirklich für die Folge. Ich hab's geschafft. Und guck mal, wen ich auch hier habe. Diesen Münzen-Typ. Wie ihr den findet? In der Hölle gibt es solche Leute. Solche komischen Typen. Die müsste mit... Die müsste mit diesem Teil, da findet ihr so ein Mob. Die müsste mit dem Teil sprühen. Und dann kommt der. Und was ich jedenfalls bald hole. Ich hätte gedacht, das könnte ich jetzt schon machen. Aber anscheinend fehlt mir noch drei Goldnüsen. Schade. Wer jetzt... Ziemlich witzig, wenn jetzt die... Äh... Die Sonnenfunktion ist, wenn es kommt, dann könnte ich sie euch noch zeigen. Und leider ist das nicht so. Jetzt war es aber wirklich für die Folge. Jetzt war es aber wirklich für die Folge. Und diese Schlitzschuhstiefel, die ich hier immer hatte. Aus den... Und ich hatte vorher die Geisterstiefel. Da holt man sich so ein Wind... Wind... Wie heißt nochmal? Windarmband? Oder irgendwie so. Windband. Das findet mir hier irgendwo. Ihr seht, wie viel ich hier schon entdeckt habe. Weil ich hab nach diesen Früchten gesucht. Und ihr seht, was ich alles erkundet hab. Und das nicht... Ich muss Puppet und Treffach nachgucken. Die sind zwar klein, aber ich sehe sie immer. Das ist nicht das Problem. Aber sie können mir jederzeit wiederkommen. Das sind halt so eine Pflanze. Wenn wir mal in dem Dschungel was zu tun haben wegen Pflanzerra, werde ich sie euch zeigen. Aber da braucht man sich so einen Wind. Und dann noch so komische goldene Hülse. Die findet man einfach in der O in irgendeinem Chess. Das ist jetzt keine sehr große Herausforderung. Muss man wirklich sagen. Und dann eine Blitzstiefel mit den Eistiefeln. Und gibt man diese hier. Damit kann man viel schneller. Das ist einfach nur praktisch. Und dann bin ich viel, viel schneller. Wie ihr seht, guck mal wie schnell ich bin. Aber egal. Das war's dann wirklich für die Folge. Die haben Skates von Prime-Sicht. Aber dann... Wie wäre es dann gekommen? Ah, der Travelling-Norch. Nodch. Nodch. Das verpasst du. Das gibt der mir den schönes Mystic-Cape. Ich weiß, das ist eigentlich gut. Aber ich hab sowieso gerade... Wie sieht denn das so aus? Das sieht doch gar nicht so gut aus. Weil ich wollte mein Outfit, wie ihr seht, habe ich diesen Hexen-Hut, weil mir langsam der Ägypter-Kram ein bisschen langsam zu langmöglich wurde. Bis dahin habe ich ihn in irgendeinem Chest drin getragen, falls ich den Egypter-Kram dann will. Aber ich bezweifle es hier. Zack, falls wir es brauchen. Ach ja, hier. Da habe ich es zum Merchant. Weil, der ist hier gekommen, dann ist er in die Lava eingefallen. Und dann habe ich es entholt bekommen. Praktisch. Okay, jetzt war es aber wirklich für die Folge. Bitte lasst ein Like da für den geilen Kampf. Und abonniert meinen Kanal, so dass ihr noch keine Abonniertes seid, um mich zu unterstützen. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.